Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem Einblick in ein Szenario, auf das wir alle sehr lang gewartet haben und das jetzt endlich in der Alpha verfügbar ist. Ich spreche natürlich von der Schlacht um Unterstadt, die wir auch im Cinematic Trailer zu Battle for Azeroth erleben können. Wir starten den Unterstadt überraschenderweise mit unserem Hochfürst Sauerfang, der ja für die Orks spricht und ähnlich wie mein Krieger hier mit geradem Rücken dasteht. Tolle Sache, sieht sehr schick aus. Tatsächlich ist unsere erste Aufgabe das Retten der Zivilisten. Ja, das kann die Horde natürlich, ne. Wir sind nicht nur stinkende Tiere, die sich hier in Dreck und Schlamm sullen. Nein, wir retten auch erstmal unsere Zivilisten, denn natürlich der Geheimbund, der SI7, der Allianz, der hat sich natürlich hier wieder reingeschlichen. Der sammelt hier Informationen und das Einzige, was wir eigentlich als Backup von Sylvanas und Co. bekommen, sind ab und zu mal ein paar Kampfschreie. Letztendlich wird das gesamte Szenario aber mit Sicherheit noch synchronisiert sein. Aktuell gerade so ins Deutsche übersetzt und 1, 2, 3 Soundfiles, die wir auch so schon im Spiel haben, hier eben Platzhalter mäßig drüber gelegt. Ja, wir sichern jetzt hier sozusagen Viertel um Viertel, wobei nicht jedes einzelne, also das Szenario wird, denke ich mal, ungefähr eine halbe Stunde dauern, je nachdem, wie man sich hier anstellt. 20 bis 30 Minuten sollte man hier allerdings definitiv für einplanen. Grundsätzlich finde ich es recht schön, man kann sich hier auch aussuchen, wen man rettet letztendlich. Ich bin dann nachher im Bankviertel auf jeden Fall zu dem guten Kakerlaken-Verkäufer gegangen. Ich weiß nicht, wer ihn noch kennt, ne, lieber alteingesessene Spieler, das war damals mein erstes Haus hier, ne. In Unterstadt, bei den Banken, unter der Brücke sitzt der Gute, da kann man Kakerlaken kaufen und das war natürlich mein oberstes Anliegen, ne, diesen Mann hier rauszubringen, diesen guten Herrn hier zu evakuieren. Genau das machen wir auch mit Sauerfang, das Ganze ist bonuszielmäßig aufgebaut. Hier mal einen Einblick auch in die Kriegertalente für die Freunde vom Waffenkrieger, wer da mal kurz rüberschauen will, was da neu ist, was sich da ändert. Wir haben recht, immer die Anzeige leisten, ne, das heißt so ein bisschen, wie wir es aus WOD und ähnlichen Zonen kennen. WOD und ähnliche Zonen, ne, ich denke mal direkt ans Frostfeuer gerade, ne. Da müssen wir also prozentual das Ganze vollmachen, mit retten, ja, mit zerstören und im Zweifelsfall einfach mit töten und grinden. Jetzt haben wir hier die Hauptspione sozusagen gefunden, ne, und die verschwinden direkt in der Rauchbombe. Und jetzt kriegen wir hier langsam aber sicher die gesamten Truppen der Allianz in unser Gesicht geworfen, ja. Jetzt hatten wir die Schorken quasi, jetzt kriegen wir hier langsam die Druiden, die sich natürlich auch in Katzen- und Bärengestalten hier reinschleichen können. Ja, der Bär auf seinen Samtpfoten, der kann sich ja natürlich leise durch Unterstadt bewegen. Was mich noch ein bisschen stört ist, und dazu ist es eine Alpha, dazu testen wir das, dazu können wir am Ende Testberichte abgeben, ist zum Beispiel, dass die Wächter von Unterstadt da gerade nicht so ganz verstehen, was hier Phase ist und nur so ein bisschen wackeln zuschauen, was wir hier eben tun. Die ganzen Mobs sind in der Regel auch Elite, auch wenn wir uns später dem einen oder anderen Fraktionsanführer oder denen, die es mal werden wollen, stellen, dann sollten wir immer bedenken, dass wir hier eben in einem richtigen Krieg mit richtigen, ja, harten Soldaten kämpfen, wenn man so will. Das heißt, alleine kriegt man den wirklich sehr schnell aufs Maul. Wir sind ja auch in einer schönen Gruppe angesiedelt, wir haben auch einen Heiler dabei, insofern den meldet man sich ganz normal an und wird dann hier mit anderen Spielern zusammengeworfen. Und das sollte man auch im Hinterkopf behalten. Alleine hat man hier, außer gegen so 0815 Standard Nachtelfen oder Zwergenschützen, hat man hier selten Chancen, wirklich diese Mobs in einem adäquaten Zeitrahmen alleine zu besiegen und dazu noch das eigene Überleben zu sichern. Das sollte man ja stets auf dem Schirm haben, ansonsten hat man vor allem eins, nämlich Probleme und Reppkosten. Wir kämpfen uns jetzt hier durch das gut befestigte Unterstadt, eigentlich wir sehen zusätzliche Barrikaden, wir sehen überall die königlichen Schreckenswachen, die wir sonst nur von Silvanas kennen und kämpfen uns jetzt eben hier durch diese eindringenden Allianzgegner und dann dürfen wir ein Portal suchen, das haben wir alle ewig nicht gefunden, das war hier unten und dann geht es eben in den Innenhof, Außenhof, kurz vor Unterstadt und Freunde, jetzt geht es nach draußen und ich sag mal so, ich kann euch gar nicht vorbereiten auf das, was wir jetzt sehen werden, ich kann es nicht, ich war es auch nicht. Ihr könnt jetzt sagen, my buddy is ready, das kann nicht sein, Illidan-mäßig, ihr wisst einfach nicht, was euch erwartet. Draußen vor Unterstadt, mit den Soldaten der Horde, mit den Schamanen der Dunkelsperre, mit den Räubern von Orgrimmar, wir sehen Tieresfall, Freunde. Oder das, was da von über ist, die Allianz kam hinten an der Küste an und hat alles überrollt, wir sehen auch den Zeppelinturm brennen, ansonsten erinnert uns hier rein gar nichts mehr an Tieresfall, an die Seuchenhunde, von denen wir das Blut sammeln mussten, an die Scharlachroten Initianten, an die Fledermäuse, alles platt. Unfassbar schöne Bilder, unfassbar schön umgesetzt und weiß nicht, ich konnte es noch gar nicht erfassen. Ich als Lore-Freund hier, hier haben wir letztens erst noch unser Untotenrennen gemacht, beim letzten Bücher-Giveaway und guckt euch an, wie das hier aussieht. Da haben wir die Hippogreifen, wir haben die Kriegstürmer, da hinten stehen irgendwo Anduin und Gendrum, wir haben sogar von den Draenern hier einige, einige, ja, Kristall-Juwe-Geschütze, aus der Orchenei-Cryptor importiert bekommen und unglaublich. Klevenschleudernde Nachtelfen, hier haben wir die Zwergenschützen, also es fühlt sich wirklich an, als wäre man gerade nach dem Trailer hier reingetaucht und versucht jetzt so ein bisschen zu retten, was eigentlich nicht mehr zu retten ist. Wir wissen natürlich auch, dass hier Horde die ein oder andere Geheimwaffe hat, wir wissen allerdings auch, dass sich das oft auf Sylvanas und ihre Seuche bezieht, und wissen auch, dass die schon damals zu Katta von Garrosh persönlich verboten wurde. Problem ist jetzt, oder Lösung für den einen oder anderen, Kriegshäuptling ist jetzt wer anders. Und ob Sylvanas, Sylvanas verbietet etwas zu tun, was sie will, das ist vermutlich eher fraglich. So kämpfen wir uns jetzt hier voran, ich finde die Belahrungstürme auch unfassbar stark und schön gemacht, da können wir uns vorstellen, dass da diese sowieso schon brüchigen Ruinen von Unterstadt jetzt natürlich einiges abbekommen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, auch am Anfang waren ja schon so erdbebenartige Strukturen quasi, da ist die Decke ja eingestürzt, das hat überall ein bisschen gewackelt. Also vom Feeling her, von der Atmosphäre, von der Umsetzung ist das hier wirklich ziemlich krass. Und wenn ich mich an den Streamchat erinnere, wo wir darüber gesprochen haben, was wir uns vielleicht nochmal wünschen würden, haben viele auch gesagt, ich hätte eigentlich gern so Kataklyssen-mäßig so einen zweiten Kataklysmus, ja, der die Welt nochmal ein bisschen verändert. Und hier ist einiges verändert und dazu noch erschüttert. Also ich weiß nicht, wie das dann letztendlich im Endcontent ausgesiedelt, umgesetzt wird. Umsiedeln wollen wir hier dann nicht, also zurückerobern werden wir es vermutlich so schnell dann nicht hier. Was sollen wir auch mit so einem kaputten Wald, ne? Und dementsprechend bin ich höchst gespannt, wie viel wir noch sehen werden, wie der Krieg quasi unser Land dann verändern wird, ohne einen wahnsinnigen Drachenaspekt. Jetzt kommen wir zur nächsten Phase. Es wird eine Menge Cutscenes geben. Ja, das auf jeden Fall. Immer wenn hier ein Sprung ist oder ein Cut von mir, dann bin ich entweder qualvoll gestorben oder habe mich verirrt. Oder wir haben eine Sequenz, ne? Und letzteres überwiegt tatsächlich. So bad war ich dann auch nicht. Eine Azerid-Kriegsmaschine wurde hier bereits gebaut. Wir wissen, in den nächsten Zonen von BFA haben wir immer wieder damit zu tun, dass damit experimentiert wird. Ja, mit Waffen, mit Kanonenkugeln und die Horde selber, ja? Nicht Kultiras, auch nicht unsere Zandalari-Freunde. Die Horde selber mit Galiwix und Co. im Nacken hat hier anscheinend sämtliches Ingenieurswissen mal kombiniert aufgewendet und hat hier eine Azerid-Kriegsmaschine geschaffen, die aber erst aufladen muss. Das erinnert so ein bisschen an Minas Tirith, ne? Wo da der große Rambok erstmal so ein bisschen vorbereitet werden musste. Und genauso ist hier auch, wir defen jetzt quasi diese große Maschine, die mit dem Blut von Azeroth angetrieben wird. Die defen wir hier jetzt gegen die einfallenden Truppen, ne? Das fängt an mit Zwergen und ihr Belagungsmaschinen, dann kommen die Nachtelfen mit ihr Belagungsmaschinen und am Ende dann die Gnome und Draenai. Demnach wird es immer ein bisschen schwieriger, aber letztendlich, ihr seht das hier, ne? Wir haben ja auch einen Heiler im Nacken. Wir sehen ja immer mal die diversen Priester-Animationen auf uns. Wir bekommen hier Schilde, wir bekommen hier Heilung. Und dann ist das auch alles halb so schlimm und recht problemlos machbar. Zumal wir ja auch die Soldaten der Horde noch an unserer Seite kämpfen haben. Was mir auch im Hintergrund noch ein bisschen fehlt und dazu ist es eine Eifer, ist so dieses kriegerische Treiben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die da hinten wirklich rumstehen und zugucken und jetzt quasi darauf warten, was wir hier tun. Gut, anders gesehen, es ist die Allianz, ne? Anders gesehen, es ist die Allianz. Es kann sein, dass die jetzt erstmal irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen nicht die Schuhe putzen oder so. Ist ja recht schlammig hier jetzt geworden durch die ganze Zerstörung, ne? Insofern muss man da natürlich auch immer gucken, dass man sich hier jetzt nicht überarbeitet. Ja, da muss man immer ein bisschen drauf aufpassen. Viele unserer Orks machen sich da ganz einfach, die tragen gar keine Schuhe, ne? Oder haben keine Sohlen drunter. So schnell kann es dann gehen. Das machen wir jetzt eben dreimal, ne? Wie ich eben gesagt habe, diese fraktionellen Raves, diese fraktionellen Wellen, die wir hier besiegen müssen. Und dann ist unsere Waffe aufgeladen. Quasi, Problem ist, ne? Anscheinend wird die auch überladen. Die Cutscenes fehlen momentan, ne? Da können wir vielleicht nur auf Gedatameinte Dialoge und so weiter zurückgreifen. Ansonsten haben wir hier teilweise natürlich immer noch Infolücken. Ja, wir wissen, was da jetzt passiert. Aber so richtig so den Anfangsschuss und auch das Ende und das, was dazwischen wirklich passiert, das wird dann sehr schön mit den Cutscenes inszeniert werden. Aber dazu haben wir natürlich jetzt momentan noch nicht ganz so viele Infos. Was ich sehr schön finde, sind diese epochreilen Bilder, die wir hier schon vermittelt bekommen. Und auch das ist natürlich noch nicht ganz fertig. Wir sehen die Belagerungstürme. Die sehen auch da unten von Animation und Standfuß noch nicht ganz so fertig aus. Aber das, was wir hier haben, ist wunderschön. Wir sehen da vorne jetzt noch gerade so den Rest der Cutscenen, ja, dass da unser guter Azeritbohrer oder was auch immer es ist zerstört wurde und wir jetzt hier tatsächlich auf die Seuche zurückgreifen. Die Seuche, das ist so ein bisschen lichtgingenmäßig angehaucht und deswegen immer recht schnell auch von, ja, den ehrenhaften Mitgliedern der Horde, vor allem den Orks, ne, verurteilt wurden. Für Sylvanas ist das ja auch letztendlich in Mitte ihre Truppen zu stärken, denn die Seuche, die befällt natürlich die Leute. Wir sehen hier ruckzuck, gehen wir hier rein mit unseren Seuchenwerfern, nehmen so eine Gasmaske, ne? Und dann sehen wir hier auf qualvolle Art und Weise, verrecken hier die Leute massenvernichtungswaffenartig, ne? Deswegen ganz scharf auch teilweise kritisiert wurden und, ja, dementsprechend. Natürlich ist eine Seuche, das heißt, die Leute stehen dann auch wieder auf, ne? Und auch unsere eigenen Soldaten, deswegen ist Sauerfang da vor allem nicht so stolz drauf, ne? Oder glücklich drüber. Auch unsere eigenen Soldaten segnen da das Zeitliche und stehen dann wieder auf. Wir sehen hier, ein neues Sub-Race confirmed, man weiß es nicht, Tauren-Sklette, ne? Haben sich schön hier ein Allianz-Schild noch gegriffen und dann ruckzuck stärkt Sylvanas ihre eigenen Truppen, die verlassenen. Ein Platzhalter-Cutscene, in dem Fall aus der Drachenseele, ne? Das ist einfach nur ein Platzhalter, die wird dann später ersetzt. Wir sind wieder drin, wir wurden trotzdem zurückgeschlagen, ne? Das Licht scheint stärker zu sein als die Seuche. Insofern im Innenhof gesammelt. Fraktionsanführer sind hier jetzt mit am Start. Sauerfang haben wir irgendwo vergessen, ne? Wer weiß, was der macht, der guckt sich das Ausmaß dieser Katastrophe an. Und auch bei dem sind wir uns ja noch nicht ganz sicher, was passiert. Sauerfang ist einer der ältesten und ehrenhaftesten Orks, die wir haben. Das heißt, mit dem ganzen Kram will der eigentlich nichts zu tun haben. Dass der jetzt sagt, das ist nicht mehr meine Horde. Das ist durchaus möglich. Was ich allerdings ebenfalls für unmöglich halte, ist, dass er sagt, ich bin jetzt Teil der Allianz. Das sehe ich auch auf keinen Fall. Wir haben jetzt den Auftrag, den hinteren Hof zu sichern. Und es geht natürlich immer noch um Evakuierung. Es geht jetzt so ein bisschen auch für Sylvanas darum, natürlich diese Seuche auch zu rechtfertigen. Naja, aber sie hatte ihre rechte Hand und ihre immer noch Liebschaft Nathalnos am Start. Auch Lortemar Theron mit den Blutelfen konnte jetzt natürlich anrücken. Wir wissen, wir haben dieses Teleportationsnetzwerk, auch das uns mit Silbermond und Unterstadt verbindet. Ja, in dem Fall konnten jetzt die Blutelfen unter Lortemar natürlich auch anrücken. Und dass sowohl Nathalnos als auch Lortemar natürlich Sylvanas den Rücken stärken, das wissen wir auch ganz genau. Wenn euch das nicht klar ist, dann vielleicht mal einen Blick in meine Lore-Playlist werfen. Ja, dementsprechend geht es jetzt hier so ein bisschen darum, Nathalnos, hier sehen wir es auch gerade. Der sagt immer Bane, Bane, das ist der Plan, der Fürstin, ja, das hat alles Hand und Fuß. Ja, und du musst sie jetzt beschützen, wenn ich einen Auftrag habe. Wenn ich es nicht tun kann, ne, dann stärkst du unserem Kriegshäupt in den Rücken. Und Nathalnos zieht seinen Auftrag natürlich für Ehre und Liebe hierdurch. Toller Typ. Letztendlich ist es allerdings auch so, dass Sylvanas natürlich weiß, dass das ein riskanter Einsatz ist, weil diese Seuche, wie gesagt, schon öfters verurteilt wurde. Und jetzt nicht nur eben auch Allianz-Soldaten, also die klassischen Untoten, wie wir sie kennen und wie sie in Lordaeron heimisch sind, sag ich mal, erweckt werden, sondern eben auch Tauren, Orks und Co. Und ob das dann so toll ist und so gern gesehen wird von den anderen Anführern, das ist vielleicht eine gewisse... Wir haben viele Opfer gebracht. Eine gewisse Frage. Da quatscht mir Nathalnos einfach dazwischen. Ne, Nathal, sag ich schon, Lordaemer war es, Nathalnos. Mensch, gucke hier, renn sie eine Seite an Seite. Tolle Sache. Ja, und so sichern wir jetzt die hinteren Möglichkeiten quasi hier einzudringen. Auch wieder mit solchen Katapulten, die ja natürlich ganz wichtig sind. Auch wieder Wächter, die jetzt vielleicht mal mitkämpfen. Und wir haben jetzt hier die ein oder andere Überraschung erleben. Was nicht geht, Freunde, ist es... Oder was unmöglich ist, ist es, einen anderen Fraktionsanführer hier zu töten tatsächlich. Die bleiben dann wieder auf 1% stehen, werden dann langsamer, ziehen sich dann vielleicht zurück. Aber töten kann man hier keinen. Ich habe auch immer wieder versucht, Jaina komplett meinen Zweiern-Streitkolben hier in die Fresse zu donnern. Oder auf Alleria sind wir nachher gesprungen. Aber all das hat tatsächlich nicht viel gebracht. Die ziehen sich dann zurück, beziehungsweise werden einfach in ihrem Tun verlangsamen. Und da haben wir sie alle. Jaina, Gen und Anduin hier. Anduin in einer ganz coolen Rüstung mit diesem Löwenhelm. Sehr, sehr stylisch designt. Freunde, was auch ein Problem ist, ist, wir haben ja unser Artefakt an diesem Zeitpunkt nicht mehr. Das opfern wir ja am Ende vom Silithus-Szenario. Das wissen wir. Sollte das irgendwann mal weitergehen, ne? Silithus-Szenario aktuell anfangen, nichts, Ende. Total geil, mega Szenario. Das sind Heldencharaktere. Das heißt, alles, was hier steht. Gut, die Seuche kann gefährlich sein, wissen wir, aber es sind Heldencharaktere. Das heißt, Jaina ist es eigentlich eines Meister-Magierinnen, ein leichtes. Jetzt kommt Alleria mit ihren Void-Elfen noch dazu, mit diesem leeren Ristar. Ihr seht, wir selbst kriegen auch Schaden von der Seuche, ne? Das ist eben ein ganz gefährliches Unterfangen hier. Da haben wir vielleicht auch als Held aus unserer Sicht mal Pech. Das soll aber heißen, auch Mechadrill ist jetzt da mit seinem Mega-Mech-Anzug. Hat jetzt auch Maschinen mitgebracht, die natürlich immun gegen diese Seuche sind. Deswegen kriegen wir jetzt auch hier Probleme und werden gleich sehen, was ich meine. Dass dieses Helden-Level, wenn man so sagen will, die sind einfach über uns. Ja, wir haben keine Chance gegen die. So, Anduin wirft da jetzt das Licht an, macht sich komplett immun in seiner Angstblase. Jaina fliriert einfach mit dem Fingerschnipsen komplett unsere erste Reihe dieser Seuchenwerfer ein. Und jetzt strömt die Allianz mit ihren Truppen hier eben. Natürlich zuerst die Maschinen, die immun sind. Die strömen jetzt hier eben rein und versuchen uns jetzt zu überrennen. Bis eben, ich weiß nicht, ob ihr unten die Dialoge verfolgt habt, vertont ist es jetzt nicht. Deswegen habe ich es jetzt auch nicht direkt vorgelesen. Aber Anduin ist eben tatsächlich auch ein bisschen verändert. Dazu werden wir mehr in den, ja, Vor-Szenarien quasi, die Blizzard dann wieder im Rahmen der Community-Arbeit veröffentlichen wird. In Sachen Comics, beziehungsweise Hörspiele oder Videos und auch Romane und Kurzgeschichten. Da werden wir viel wieder dazu erfahren, zu dieser Persönlichkeit und auch den Veränderungen, die da einige der Fraktionsanführer, vor allem bei der Allianz, durchleben werden. Und auch Anduin hat ja eben gesagt, Rückzug, Jaina könnte eben auch teleportieren. Die kann nicht nur alle einfrieren, die kann natürlich auch alle wegbringen. Insofern hat Anduin ja auch gesagt, nein, dann kämpfen wir bis zum Toten. Wir müssen für unsere Ideale einstehen. Und so kennt man den Guten ja eigentlich auch nicht direkt. So, ich konnte es mir natürlich nicht nehmen lassen, ne. Mir war das natürlich auch klar, dass wir jetzt Anduin hier nicht töten werden. Aber ich wollte rein, ihr seht hier dieses Licht um Anduin rum. Seine kleine persönliche Königin-Angstblase, ne. Da kommen wir einfach nicht rein, egal ob Charge, Immune, sofort desorientiert hier. Wenn der sich jetzt nicht bewegt, dann komme ich da gar nicht mehr raus, ne. Insofern, das können wir uns schön sparen. Zurortschicksal ruht auf euren Schultern. Ja, auf unseren Schultern. So, und wir fliehen jetzt eben, ziehen uns zurück, so gesehen, ne. Hier ist auch noch einiges Bugge. Ihr seht, Anduin kommt uns da schon entgegen. Alleria läuft hier einfach mit. Und wir sehen jetzt auch gleich, wenn Alleria uns jetzt nur einen Pfeil mal auf Nacken switchert, ne. Was das wirklich für Schaden macht. Was die Kollegen und Kolleginnen hier eben wirklich, da haben wir es gesehen. Wir haben eigentlich keine Chance gegen die, ne. Das wissen wir ja, Nathanos ist, der kann uns auch kurz mal wegwornhitten, ne. Gerade jetzt, wenn wir Aschenbringer und Co. aufgeben, dann sind wir, wir sind wieder nicht mehr, ne. Wir sind kein cooler Held mehr jetzt, ne. Wir haben alles wieder weggeworfen. Wir fangen wieder an, als, was habe ich letztens gelesen, als Wasserträger, ne. Wir können so vom Brunnen ein bisschen Wasser holen und dann hoffen, dass wir vielleicht mal auch in die Schlacht ziehen dürfen, ne. So ein bisschen Captain America-mäßig sind wir hier der kleine Fuzi, ne. Und wenn wir Glück haben, dann können wir mal für das ein oder andere Experiment beauftragt werden. Und irgendwie haben alle vergessen, dass wir davor schon Arthas und Deathwing und was weiß ich nicht alles besiegt haben, ne. Das ist so ein bisschen wieder unsere Rolle. Ja, wir haben noch einen Namen, aber ansonsten laufen wir noch mit und können hoffen, dass wir nicht in den Fokus von Anduin, Gen und Co. geraten. Das ist so ein bisschen hier die Rolle, die wir hier zu spielen scheinen. So, und das sehen wir an unseren Sauerfang, den haben wir wieder gefunden. Der kriegt jetzt natürlich erstmal Schellen, ja. Der ehrenhafte Sauerfang, Sylvanas, wie sie ist. Kaum sarkastisch, kaum schlecht gelaunt bei sowas, ja. Ihre Stadt hier zu verlieren und dann natürlich, ja, großer Hochfürst, ja. Wenn ihr ehrenhaften Tod wollt, dann sterbt er denn. Ich denke an die Horde, ich denke an die Zukunft der Horde. Ich sehe ja Potenzial auch in dieser Schlacht. Sylvanas ja auch immer bemüht, ihr Volk zu erhalten. Ich erinnere auch an die Questreihe in Sturmheim, ne. Und dementsprechend, ja, verspricht sie ihm hier, dass sie eigentlich, oder dass ihr egal ist, was mit ihm passiert. Aber wenn er stirbt, dann soll er doch bitte Bescheid sagen, wo, dass sie ihn wiederbeleben kann, ne. Denn so ein zweiter Offizier, den kann man ja immer mal gebrauchen in den Reihen. Der verlassen wird. Also klare Ansagen und auch Zwiste innerhalb der Horde. Ja, ich bin ja immer noch der Meinung, dass das Azerid hier nicht nur positive Auswirkungen hat, wenn man damit in Berührung kommt und das durchaus damit zusammenhängen kann. Wir vernichten jetzt nur die letzten Truppen und ihr seht, Aleria, ne, ist hier ganz tapfer mitgekommen mit ihren Lernelfchen, ne, die wir schon alle zerlegt haben. Jetzt läuft sie da eben geslowt hinterher und kann gar nicht mehr allzu viel machen. Die Arme, oder? Hätte sie Maturalion mitgebracht, dann wäre das bestimmt besser gelaufen. Freunde, das zum Szenario von Unterstaat, ne, durchaus einige Fragezeichen. Letztendlich war es aber auch gar nicht das Ziel von mir und diesem Einblick sicherlich diese zu beantworten. Das kriegen wir dann, wie gesagt, mit den Cutscenes, mit der Vorarbeit, mit der Community-Arbeit, die dann Richtung BFA oder die BFA einleiten soll, ja. Und dementsprechend unfassbar epochale Bilder, finde ich, wunderbar dargestellt. Kontakt, Zusammenarbeit mit uns und den Fraktionsanführern. Ich finde, besser kann man, glaube ich, so ein kriegerisches Addon gar nicht einleiten. Eure Meinungen und eure Hoffnungen gerne dazu in die Kommentare. Ich bin begeistert, ich freue mich mega, das spielen zu können mit den Cutscenes. Ich denke, das wird ein absolut geiles Event und sieht auch jetzt schon nach einer Menge Fun und einer Menge coolen, ja, Einblicken aus, wenn man so will. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Freunde, hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in den nächsten Parts, wenn ihr wollt. Bis dahin, haut rein. Tschau.